hallo und herzlich willkommen hierher zu einer weiteren kanalvorstellung heute der kanal chrisplay ich freue mich riesig drauf ja ich kenne ihn jetzt auch schon ein bisschen länger wir machen ein paar projekte zusammen ich kann nur sagen war ein Wahnsinnskanal und ich freue mich echt ihm vorstellen zu dürfen ja wir zocken seitdem im Ark haben wir uns kennengelernt sind wir mit Tribe Wars zusammengezockt kein Problem jetzt sind wir mittlerweile bei Forrest und bei GTA Online ja und ich muss sagen ich habe ihn kennengelernt da hatte er nur 300 Abonnenten jetzt hat er in wenigen Wochen 6500 erreicht das ist Wahnsinn alle wollen ihn schauen schauen an und ich freue mich einfach riesig ihn vorstellen zu dürfen ja und ich kann euch nur sagen wir gehen alles durch wir gehen übersicht die Videos die Playlist Kanäle Diskussionen Kanal Info ich werde euch alles zeigen hier was er so anzubieten hat ich hoffe ihr schaut mal rein und seid auch sagt auch direkt hier so wow yeah hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Kanalversteller ja in diesem Sinne ja warum rappe ich was macht der Rewano ist er durchgeknallt ist er verrückt nein das liegt daran dass dieser chrisplay natürlich auch rappt und er macht das verdammt gut ja selbst Bushido hat damals gesagt zu ihm hey chrisplay hast du ein paar 5151 Abonnenten sind jetzt und ich freue mich richtig ihn vorzustellen und habe es natürlich auch gesagt und ja hätte ich das vor ein paar Wochen noch gemacht wäre es vielleicht um die Hälfte gewesen das ging jetzt richtig rucki zucki und finde ich eigentlich total extrem geil und ja ich hoffe doch und ja das kann man nur jedem wünschen dass man so erfolgreich ist und man wirklich innerhalb von ein paar Wochen so viele Abonnenten dazu bekommt und ja schon echt schon eine coole Sache ja da würde ich doch gar nicht mal so lange jetzt herausquatschen das erzähle ich euch dann zwischendurch ein bisschen da würde ich sagen gehen wir doch jetzt einfach mal die Kanal Info durch oder machen wir alles stück für stück da haben wir 6551 Abonnenten 814 1234 Euro beitritt am 14 10 2014 mega geil beschreibung hey ich bin chris und auf meinem kanal seht ihr ehrliche und lustige let's plays ohne Schauspielerei und mit viel spaß am zocken ich bin über jede unterstützung sehr dankbar und gemeinsam können wir das große schaffen euch erwartet in der Regel täglich 14 Uhr neue Videos inklusive Tipps und Tricks Top Games meist schon vor Release immer 1080p 60fps Solo und Koop laufende Projekte Fallout 4, Ark, Tribe Wars und Survival of the Fittest Koop Montags, Mittwoch, Freitags, GTA 5 Online Koop, Dienstag Donnerstags, The Park, Dienstag Donnerstags, The Forest Koop, Samstags Graf Reborn, Zombie Vikings Koop, Sonntags, Hin und Wieder, The Walking Dead, No Man's Land, FIFA, League of Legends, Trash Games, Playstation Plus, Gratis Games, Geplante Projekte, How to Survive 2, Far Cry Primal 2016, Hitman, The Division 2016 und Dead Island 2 Boah yo, Dead Island 2 Leute, da freue ich mich auch schon riesig drauf Wahnsinns Game, also ich hoffe das kommt jetzt auch, das wurde ja mal abgesagt, dann wieder und dann wieder abgesagt und ach Wahnsinn Ja, Spenden an Chris, lol, ok Ich spende sofort, ich werde gleich anfangen sofort zu spenden Dann haben wir Chris Play, Instagram, Twitch TV, Livestream, Survival Game Forum, über Amazon bestellen, Google Plus, gefällt mir, Facebook Chris Play, Twitter, Game Case zu Killer Preisen, Deutschlands größtes ARC Forum, Impressum Nice, nice, hier habt ihr dann die E-Mail natürlich, ne, wenn ihr irgendwelche Fragen habt Äh, ich sehe gerade, kann man gar nicht mehr anschreiben, hast du das weggemacht, ok, cool, cool Naja, ich schreibe immer bei WhatsApp und Nerven da, wenn ich Fragen habe Ok, gehen wir mal weiter, dann würde ich sagen, gehen wir mal, schauen wir uns mal die Playlists an Da haben wir, GTA Online, Fallout, Warhammer, The Walking Dead, Sonstiges, The Park, How to Survive, Zombie Vikings, ARC Survival of the Fittest, Tutorials, FIFA und noch mindestens 30 weitere Ach du Scheiße, ne, ihr habt ja auf jeden Fall richtig viel Auswahl Und ihr seht schon, die Thumbnails richtig schön gemacht hier, alles selbst gemacht Und, ähm, ja, obwohl das habe ich auch Aber es ist auch ein geiles Thumbnail, muss ich sagen, von Until Dawn, das hat einfach was Das ist einfach cool Ja, ihr seht schon mal, schauen wir den noch, Mad Max, Rocket League, ARC Survival of the Fittest, Abonnenten Specials, Until Dawn, Infovideos, FIFA Fails, ARC Tribe Wars, Mega Co-op Projekt Ja, wirklich, wirklich geiles Spiel ARC Survival Evolved, ARC Survival Evolved, League of Legends, Solo, The Witcher 3, League of Legends, Lucius, äh, League of Legends Battlefield Hardline angezockt, previous Einblicke und weitere Laden Schauen wir uns nochmal kurz an Äh, irgendwas mit Terroristen Trouble in Terrorist Town, okay, Minecraft, FIFA Dying Light, oh ja, sehr schönes Spiel Resident Evil, Outlast Trash Games, Lara Croft und der Tempel The Forest Äh, The Forest, Survival Guide, Escape Dead Island PT, Silent Hills Demo Far Cry, Assassin's Creed The Evil Within Äh, bei PT war da nicht der Norman Redos Der, also von The Walking Dead Der Star war ja dann nicht irgendwie mit drin War das nicht die Hauptrolle da? Also ich bin, oder vertue ich mich da jetzt Ich meine, ich hätte das mal gesehen Dass der dann so die Straße entlang läuft Und dann sieht man nur da hinten, dass so eine Lampe am Flackern Also war der das, oder war das ein anderes Spiel? Wenn das einer weiß, kann der mir das ja gerne sagen Ja, schöne Ja, jetzt gucken wir mal ganz kurz Ihr seht schon hier, vor 6 Stunden, 8 Stunden, 8 Stunden, 1 Tag, 2 Tagen 3 Tagen, 4 Tagen, 4 Tagen 5 Tagen, 5 Tagen, 5 Tagen Also hier wird fleißig rausgehauen Und die Thumbnails sind mega geil Jetzt auch schon unterschiedlich Hier sieht man schon Der Hundi Da wieder ein schönes Bild Sehr schön, sehr viel Mühe Liebe steckt da drin Hier die Tipps zu Arc2BWars und Archive So viele geile Sachen hier Und, ähm Können ja nachher mal Ich weiß gar nicht, ob er auf der Übersichtsseite Die beliebtesten Videos hat Können wir uns da mal reinziehen Aber nur mal hier Da sieht man schon 4.700 Klicks 4.000 Klicks Da war auch irgendwas mit 13.000, 15.000 Schon Wahnsinn Also das ist ein Traum von jedem Let's Player Denke ich mal Dass man so ein tolles Publikum hinter sich hat Und kann man echt nur sagen Top Ja, er macht ja auch super Videos Muss man ja sagen Also man kann auch immer sprechen So wenn irgendwas ist Ähm Naja, so aus meinen eigenen Erfahrungen her Sowas wie zusammenzocken Und jetzt kommt ja dann bald GTA Bei dem ersten GTA war ich noch nicht dabei Weil da bin ich leider verhindert gewesen Jetzt bin ich bald dabei Also ab Ich glaube die nächste Session ist Samstag Und bei The Forest oder Pimmel Party Da wo wir da rumrennen als Pimmels Ja, ist schon witzig Macht schon echt Spaß Und ähm Ja, muss ja auch sein, ne Und ich finde Das ist das Wichtigste überhaupt Spaß zu haben zusammen Coole Leute Und auch mit Gamer Shack LP Immer schön zusammen was machen Ist einfach Ja So kennt man uns Und so wird es halt immer sein Gabax kommt noch mit dazu Machen wir auch bei Imperium und so Ja, das ist halt alles so Darüber kennengelernt Und das ist schon echt cool Äh 2000 Abo Special Kanal Web Teaser Den werden wir uns auch gleich reinziehen Weil ich finde den einfach cool Und ähm Ja Machen wir mal 1080 Machen wir mal 720 Man hört es ja trotzdem Nur Ich muss meine Internetleitung ein bisschen schonen Und wirklich geile Bildqualität Also die 60 FPS Habe ich ja auch jetzt mittlerweile Bei den neuesten Aber es ist schon Wahnsinns Feeling Und wenn man dann noch einen gescheiten PC hat Ne Dann denkt man ja wirklich Man ist da drin In der Zeit wo das hier lädt Ich gucke mir den Und gucke mal ein bisschen länger Äh Gehe ich mal auf den Auf den Banner und das Avatar ein Da haben wir natürlich hier Quizplay Hier ist mal Quizplay HD Weiß ich noch Jetzt steht hier nur noch Quizplay Finde ich ganz cool Beides Also geht alles Da haben wir Fallout 4 täglich Dann Montags, Mittwoch, Freitags Arc Tribe Wars Dann haben wir Grand Theft Auto Online The Park Dienstag Donnerstag Ach das ist mit drin hier Weil das natürlich unten die Zeit ist The Forest Pimmel Party Samstags Yeah Sehr geil The Zombie Weekings Und hier Walking Dead No Man's Land Das ist doch die Geschichte Von dem Merle Merle Doch Merle Der Bruder Und der von den Daryl Müsste das doch sein Mit dem Vater und so Ich weiß es nicht Ich habe mir mal einen Trailer angeguckt Aber ich wollte mir das Spiel Eh nochmal reinziehen Also angucken Ich denke da werde ich auch Hier vorbeischauen FIFA 16 Ja dann haben wir Partner und Co Gabax Ja kennen wir auch Mr. Helm Mr. Webjr LP 321 Spiele Gamer Shack FP Ja kann ich auch nur empfehlen Sehr sehr guter Kanal Wisst ihr ja Machen wir viel zusammen Jetzt hatten wir letztens Erst einen Livestream gehabt Da habe ich ihn besucht Da haben wir Ach ich weiß nicht Von halb Zehn bis Bis sieben Uhr morgens Durchgezockt Das war schon heftig Und Matsche Musik Das ist auch er hier Und das ist seine Musik Sein Rap Und das macht er auch Sicher sehr 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 gut Also Na ich kenne mich mit Rap Auch nicht so aus So das war vorhin Vorhin eine Geplänkel Ich weiß Mein Rap war nicht gut Ich habe erst Schwach angefangen Und habe dann stark nachgelassen Ach Quatsch Aber Spaß muss sein So bin ich halt Und Naja ich weiß ja selbst Dass es Quatsch ist Aber Naja So bin ich Mach immer Blödsinn So dann haben wir Gehen wir mal alles durch Alle Videos Jetzt seht ihr mal direkt aktuell Was rauskommt Sehr sehr geil Dann aktuelle Projekte Könnt ihr direkt reinschauen Vorlaut Heute ist es so War The Walking Dead Schön gegliedert hier Zack zack Dann haben wir beendete Projekte Wenn ihr sagt Ach komm ich will Until Dawn direkt angucken Dann klickt ihr hier drauf Könnt euch das direkt Unter Mad Max Komplett genussvoll Reinziehen Anziehen Reinziehen Dann haben wir Tutorials Die Babydinos Guckt euch das an 27.000 klicks Hier auf ein Video Wegen den Babydinos Hier oder für die Babydinos Mit den Babydinos Hier haben wir 20.000 Wow Geil Echt geil Naja Hut ab Hut ab Dann haben wir Shooter Action Und Rollenspiele Da seid ihr dann hier Direkt richtig Da könnt ihr durchgucken Wenn ihr sagt Was ist denn jetzt An Action da Und hier Horror Hier ist alles direkt aufgegliedert Wenn ihr nur Horror aus seid Sehr sehr cool Finde ich nett Und sieht auch gut aus Und natürlich sehr übersichtlich Wie eine Bibliothek Handy Games hat er auch Hier drauf Cool Ach das ist dieses No Man's Land Achso das ist ein Handy Okay Alles klar Angezockt Die haben wir angezockt Und Abo Special Sehr sehr cool Sehr sehr cool Ja So ich bin gespannt Dann schauen wir doch mal Hier in Web rein Seid ihr gleich fasziniert Und abonniert ihn direkt Tut es einfach Und Viel Spaß Mit Chris Play Herzlich Willkommen auf meinem Kanal Herzlich Willkommen bei Chris Play Wenn du dich fragst was hier geht Man hier zockt Chris Games Bin wie ich bin Und ich bleib es Und genau das ist der Fakt Was mich von anderen unterscheidet Ciao Ich helf euch gerne Gebt euch Chips und Tricks Und wenn ihr Bock habt Dann zockt bei Multiplayern Einfach mit den Hier geht's um Spaß Und ich wann wir endlich Millionen knacken Doch mit eurer Hilfe Können wir hier was Großes schaffen Egal ob Horror Ob Shooter Oder miese Action Egal ob FIFA Resident Oder League of Legends Man hier kommen Videos Und das täglich aufs Neue Bin stolz auf jeden Abonnenten Weil mir das wirklich viel bedeutet Aber Jetzt genug von mir Ich wollte nur mal Danke sagen Fahre all die Likes All die Views Und eure Kommentare Jeder Kommentar von euch Für mich ein kleines Highlight An jeden Abonnenten Vielen Dank dass ihr dabei seid Und dabei bleibt Haha Mein Name ist Chris Das ist Chris Play Und ich heiße dich herzlich willkommen Auf meinem Kanal Und gleichzeitig zu meinem 2000 Abonnenten Special Schon 2000 Abos Das ist der Wahnsinn Erstmal vielen vielen Dank dafür Ich weiß gar nicht was ich sagen soll Jeden Tag kommen neue Leute dazu Es ist einfach Wahnsinn Eigentlich sollte man Abos Ja nicht so an Zahlen festmachen Mir ist das alles auch eigentlich schnuppe Denn mir macht das hier so viel Spaß Euch zu unterhalten Videos zu machen Und ich bin halt auch Zocker Seitdem ich denken kann Und ja Als Abospecial hab ich mir gedacht Bring ich mal den 16er am Anfang Ich hoffe der gefällt einigermaßen Und das war aber noch nicht alles Ich habe für euch auch noch drei Sachen zu verschenken Und zwar haben wir zum ersten Ein Ark Survival Evolved Key Sponsort bei www.survivalcore.de Wir haben als zweites Eine Gaming Tastatur Sponsort bei Eagle Computer Und wir haben zum dritten Ein Steam Game Key Gesponsort bei www.survivalcore.de Oh yeah Also Leute Das führt doch direkt zum Abonnieren Oder Das ist diese Stimme Die sagt sofort Abonnier mich Klick an Ne echt geil Finde ich super cool Auch hier mit dem Gewinnspiel Was er alles macht Und er hat ja immer Viele Überraschungen Und ja Video Qualität Da brauchen wir nicht drüber zu reden Das hier die 6500 Die kommen nicht aus Spaß Oder so Die sind Er macht ja wirklich Gute Qualität von Videos Und man lernt natürlich viel dazu Und Auch ich lerne dazu Vielleicht nicht jetzt gerade Hier so mit WebDist Das ganze Zeug Kann ich nicht Aber man sieht natürlich auch Qualitätmäßig Versuche immer natürlich Dann oben zu sein Bessere Qualität rauszuhauen Und den Ton Und das und dies Und ja Es kommt immer Stück für Stück Immer was dazu Aber Ne Aber wie schon gesagt Hier Findet ihr auf jeden Fall Richtig gute Unterhaltung Es macht sehr viel Spaß Hier zuzugucken Sehr sehr viel Videos Natürlich täglich Auch Videos Hier wird es nie langweilig Und deswegen kann ich euch nur empfehlen Schaut auf jeden Fall mal vorbei Und überzeugt euch selbst Und ihr werdet schon von alleine sagen Wow Ja Alles klar Abonnieren Und ich freue mich auf jeden Fall Und ich freue mich auf jeden Fall auch mit dir Quizplay Auf jeden Fall noch weitere Projekte zu machen Ist natürlich richtig cool Und eine schöne Zeit Top 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 Und geil So was haben wir denn noch Ja was können wir denn noch zeigen Kanäle Ja hier habt ihr dann die Kanäle drin Die angesagten Kanäle bei ihm Diskussion ist wahrscheinlich die Hölle los Ne Nero auch hier Der gehört auch zu unserem Team Sehr geil Und ihr seht schon Ihr antwortet auch fleißig Also wenn ihr da irgendwas habt Oder so Müsstet ihr ja noch schreiben können Ja natürlich Da wird auch geantwortet Kanalinfo haben wir schon durch So jetzt muss ich kurz zerlegen Nämlich direkt hier los Ne Wirklich Wirklich toller Kanal Alles im Ganzen Sehr sehr gut aufgebaut Ähm Von Videosqualität brauchen wir nicht zu sprechen Ton ist super Coole Sachen die er raushaut Auch diese Specials und so Also wirklich Auch mal hier so ein Special gemacht Da hat er so eine alte Basis bei ARC abgerissen Mit der Panzerfaust Alles weggeballert Sieht echt geil aus Und ähm Ja in Zukunft werden wahrscheinlich noch Sehr sehr viele Videos und Projekte kommen Und da sieht man Hört man sich natürlich auch wieder Und wie gesagt Unterstützt ihn Und ich werde natürlich Die Beschreibung Und den Link Zu seinem Kanal In meine Beschreibung packen Natürlich auch von der Community Von mir Da könnt ihr auch rein Ich glaube du bist ja auch drin Ja Will ich erhoffen Wenn nicht dann Klick sofort an Und wie du bist nicht In 5 Minuten da drin Ne Im Ganzen Alles super Und ähm Wirklich froh Und toll hier Chris Beckingland zu haben Und ähm Ja mal sehen Wahrscheinlich im nächsten Monat Oder so wird er dann Die 10.000 geknackt haben Bin ich fest überzeugt von Naja schauen wir mal Ja ansonsten liebe Leute Ich kann gar nichts anderes Dazu sagen hier Schaut unbedingt mal rein Und wir sehen uns dann Bei der nächsten Kanalvorstellung Ich freue mich Und äh Chris ich hab nochmal ne Frage Ähm Wann machst du wieder ARK In diesem Sinne Bis dann Euer Rivano Ciao 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 Vielen Dank.